Eine Portion Cheboba Heute zeige ich euch, wie man macht perfektes Steak im Restaurant Hasbullah, was kommt jetzt? Opa, Haida Mashallah Und das ist der Rezept Welches Rezept genau? Das wird Rezept für bestes Steak Du bist sogar ein Chefkoch Das ist wie wenn du isst Eftar Und du bist dann komplett voll, so viel wirst du essen von meinem Steak Oh, Bismillah Ich muss gleich kotzen, wirst du dann sagen nach meinem Steak Ne, mein Steak Hasbullah Mit Zunge Bismillah, fangen wir an Ihr nehmt so eine Steak Bisschen Salz und Bebeer, oh Mashallah So sieht aus, eine perfekte Steak Heide noch ein bisschen hier Glaubst du das reicht? Ja, oder? Das ist für mich, das ist für dich Diese? Meins sieht besser aus Sind wir jetzt fertig? Fertig Dann müsst ihr Oh Scheiße, fast vergessen Ihr müsst geben Fleisch schön Ohrfeigen Tak, 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 schlapp, schlapp Dann wird's schön zart Erste Seite fertig Jetzt müsst ihr nehmen Zange Fleisch umdrehen Und Ohrfeige geben von anderer Seite Hasbullah, kannst du mir nochmal zeigen diese Ohrfeigen? Ohrfeigen Tak, tak, schlapp, schlapp Das war die erste Hälfte von meinem Chefkochtutorial hier auf YouTube Wenn ihr wollt, kann ich auch für euch alle kochen Zum Beispiel auf Hochzeiten, Geburtstage, ihr könnt mich anrufen Diese Scheiße klebt fest Okay Dann noch ein bisschen Nein, nein, da unten, da unten Ja, weiter so, genau Ja, perfekt Perfekt mariniert Jetzt geht's zum Grill Ey, aufpassen Porsche-Familie, nimmst du ihn bitte weg Willst du eine Bombe? Hast du Angst? Du willst mein Steak, ja? Verschwinde Gib sie ihm ein bisschen Steak, Hasbullah Schnell wegnehmen Bevor dieser Affe, anfass meine Steaks Er hat bestimmt Arsch angefasst mit seiner Hand Ich schwöre dir, ich hab keine Angst Guckst du diesen Affen, Hasbullah? Guck mal, er ist Gras, dieser Idiot Let's go, Affe Was ist dieser Affe da? Hasbullah, gibst du ihm ein bisschen Steak von deiner? Willst du Paprika? So, Freunde, Steak ist jetzt auf Grill Gleich müssen wir umdrehen, zap zap Hast du nicht vergessen zu würzen? Was redest du da? Ich bin der Chefkoch Hasbullah, du bist bester Koch Hasbullah hat gebraten die eine Seite Und was kommt jetzt? Opa Ich hab meine Hand verbrannt Nun ja, Koisha Jetzt eine Tomate Und eine Sparztieks Und schmeckt gut Sagst du ehrlich Wenn nichts schmeckt Oder feige Und fliegst raus Das war eine Anleitung Für den perfekten Steak Von eurem Freund Hasbullah Hasbullah, hast du nichts was vergessen, oder? Vergiss nichts zu liken Für Algorithmus Ja genau Also liebe Leute Wenn euch dieses Video gefallen hat Vergiss nicht zu liken Zu kommentieren Und zu teilen Ja So Don Tschüss Freunde Tschüss Freunde